Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Dann sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruhe dich aus. Iss. Trink, freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Nahe. Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt. Noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung. Und der Leib wichtiger als die Kleidung. Seht auf die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben keinen Speicher und keine Scheune. Denn Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern, wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt? Warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Seht euch die... Lilien an. Sie arbeiten nicht. Und sie spinnen auch nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr kleinen Gläubigen? Darum fragt nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Und vor allem ängstigt euch nicht. Denn um all das geht es den Heiden in der Welt. Euer Vater weiß das und er weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Dann wird euch das andere dazugegeben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich, das Reich zu geben. Verkauft eure Haber und gebt den Erlös den Armen. Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, toben im Himmel. Wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.